Wir sind wieder in einer Folge PlayROD, The Division Corp mit Fleischhub. Hi, hi. Wir machen hier weiter, wo wir aufgehört haben. Lass uns ein bisschen farmen gehen. Wir farmen ein paar Nebenquests ab. Rosa so. Oder sie oder so oder sowas. Oder wie oder was? Oh, da sind Gangs dort. Gar nicht. Zivilisten. Oh, die haben die voll getreten. Aber jeder will es verdient, ne? Jetzt können wir uns gleich an den Waffenheim dann hier austoppen. Warte mal. Immer in so offene Räume gehen, habe ich festgestellt. Da ist die Chance ziemlich hoch, dass da irgendwas rumliegt. Hier ist eine Tür. Da ist doch bestimmt eine Kiste. rosa so. Ja. Alles voll. Wir müssen mehr von diesen komischen Energieregeln oder so fressen. Keine Ahnung. Über die Frist, ey. Ja, STRG. Beziehungsweise wo du deine Heilung drauf hast. Den Knopf und dann eins bis sechs. Da ist nix. Hier drichtet. Da ist nix. Da ist nix. Versorgungsmaterial und sowas. Egal. Ist auch Versorgungszeug. Musst du fressen das Zeug. Fressen, eh. Warum kann man das Geschenk da nicht aufheben? Hier ist Elektronik. Das ist ja. Das sieht doch schon mal besser aus. Hier ist noch ne Box. Nochmal Elektronik. Ja. Oh. Ne. Okay. Kannst du dann mal aufmachen? Hier müssen die Regeln. Liegt da oben. Ja. Auch schon. Alles voll. Gut, dann kommen wir mal weiter, wa? Ja. Wo sind wir hin? Hier, man. Alles klar, man. Hilfe. Bist du verwirrt, oder was? So viele. Nein, wir sind ja voll voranlasst jetzt hier. Aber nicht. Aber natürlich, eh. Das war krass Abkürzung. Siehst du nicht? Wir sind schon fast da. Das ist leid, ey. Na ja. Sag doch, ey. Ich baue ein Pferd. Geht ja mal gar nicht. Also ein Polizeifeld. Sind bestimmt alle verseucht, oder was? Oder ein Motorrad. Ware lokalisiert. So, dann lass wir uns mal fetzen. Was willst du machen? Ziele abholt. Was? Tada. Na ja. Müssen wir ja erstmal hier markieren und dann müssen wir aufpassen. Gehre ich gleich. JTF Verstärkung angefordert. Wo kommen die? Wo kommen die? Warnung! Gegner nähern sich! Wo sind die Gegner? Warnung! Feindkräfte nähern sich! Höhe von Fortme. Ja. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Og da nö. Und dann! Da! Ah komm ich hier Oh denn Hier kommen die alle Ah das wird so Was wird so Oder hier Popgun in dein Face Ladung gesichert Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt Ja Abgeschlossen So Wichsler ist da 14 bis 15 Was ist das denn hier Hub Camp Hub Waren wir da schon? Wo Camp Hub Camp Hudson meinst du? Sie müssen die Überwachungskameras bei der Ah eben Habe ich gerade gedacht Ich habe sie für bevorstehende Castings genutzt Und ja man kann sie auch anderweitig verwenden Aber das hat mich wirklich weiter gebracht Und unseren Dienst für die Bevölkerung natürlich auch Sie wissen schon, Ende Es geht noch auf Es geht noch auf Nein wir müssen nach oben Gern Gernat Du musst die Überwachungskameras reparieren Du hältst sie schon mal in Schacht Du hältst sie schon mal in Schacht Du musst hier nur Knopf drücken Das ist ja voll Milch Aber nicht nur einen Nicht nur einen schießt sie Was denn Keine Ahnung was das für ein Das war ein Freak ey Voll ja ein Freakiger Typ ey Dann kommt er dann einfach angeschossen Dann kommt er dann einfach angeschossen Hast du? Aber natürlich Sind sie voll am stromisieren Werden voll gegrillt gerade Die kriegen hier diese Elektromassagen Oh Ein Hundesohn Hat er sich versteckt da Ah man Wollte er sich Ich glaube ich natzen Oh man Hat sich voll versteckt der Sack ey Keine Ahnung Von der Hand Aber Was? Musst du hier nochmal runterklettern Oder was? Voll anstrengend Spring hier runter Meinen sie du? Warum kann ich nicht runter springen Ist zu hoch oder das? Oh man Ist ja anstrengend Hörst du mich? Ja Ja Das scheiß Headset macht mich wahnsinnig Wahnsinnig? Richtig wahnsinnig Ne Schon wieder hier irgendwo einmal rumlaufen Ja Das ist jetzt Pilepale Ja wo bist du denn da jetzt? Na hier über im Zaun Und dann weiter nach oben Ja Wart da schon Thema Meinen sie du? Ja da mal Ist bestimmt hier ja Was? Spricht das nicht rüber ey? 3 von 5 3 von 5 Nächste ist da irgendwo Da kommen wir nicht rüber jetzt ne? Doch hier Hier an Müll Ne Nein glaube ich ne Ja 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 Warte mal Warte mal Oh Oh Kiss Oh 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 Irgendjemand hat mich halt getroffen Sniper Sniper Nein da hinten ist Hier längs Ihr Einsatzziel wurde aktiviert Aktivieren sie das Energierallee Ja Lauf mal auf die andere Seite Bestätigung Lokal Stromnetze online Bats Zeg 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 Oh den anderen habe ich schon gedirbt Ich weiß ja was kommt hier Gleich 2 auf einmal man Warte Ich bleib hier und geh mal zum Relais Weiß er wo lang? Ja So einmal außenrum Du musst das machen Sauber machen Was? Dann kommt man da nicht ran Dann warte bleib du hier beim Knopf Ich weiß wo lang Ach da muss man die Wand aufmachen Hm Bestätigung Lokal Stromnetz online Dürb Dürb Gute Arbeit Und wir wissen das zu schätzen Ich wollte noch sagen Dass unsere KostümAbteilung Ein paar gute Ideen für Spezialagenten Outfits hat Was ihr deinen Kontakt Oh man ey Ich hasse das mit den Leuten hier Das ist doch Käse er will ja manchmal normal springen könnte dann wäre das kein problem oder dass man machen ist da waren wir noch nicht in der richtung ich habe eine ungewöhnliche aufgabe ich will keine ressourcen absteigen aber wenn jemand über eine musikerin namens so ich habe gar nichts gibt was auch noch so was geht aber auch lehnen das ist ein gebüter der flieger so was wir oder Warum seid ihr gerne die Gegner? Wir sind beim Töten gerade. Hier ist mir ein Haus offen. Waren wir hier schon? Keine Ahnung, bestimmt nicht. Hier ist ein Überlebensradgeber. Das ist eine verschlossene Tür. Sehr gut. Äh. Ich krieg einen Fein. Ich muss nicht gegen die Wände laufen. Da sind Öffnungen. Da hat man Türen. Siehst du? Stimmt. Wo war noch? Was? Das ist ja ein bisschen mau. Mau, mau. Dann gab es hier noch mehr. Äh, das war die XP-Linsen, ne? Warte, wo bist du denn? So. Was ist hier los, ey? War bei der Tier noch einer? Das wüsst du nicht. Voll durch Läschert. Ja, nehmen wir einen Satz oder was? Ja, hab ich schon mitgegangen. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Bei, und danach sind hier, ist auch noch ein Safehaus und noch irgendwas anderes. Ich dachte, hier in der Gegend waren wir noch nicht, da kommen wir auch die Sachen, glaube schon, so eingehen. Okay. Amm. Naja. Wo ist man hin? Ach, das ist hier Heather-Lauer. Die habe ich vorhin gemacht, aber... Da bin ich irgendwann nicht mehr weitergekommen. Der Scheiß. Welt geht das ja jetzt. Erfache ein Echo in der Nähe. Hier ist ein Echo. Naja. Echo frei. Wir müssen den Echo-Center her. Komm mit. Hmm. Hm. stem. things. what an Was schreist du hier so rum, ne? Stirmucht. Brudeln. ATAGEMUGT, ATAGEMUGT. Wenn du Facebook kommst, hast du gleich wieder reingegangen. Boah, die wird geballert. Hinter uns. Laufen wir weiter. Ja, die Nächsten, ne? Ah, guck mal, die kommen hier sogar noch angerobbt. Ne, ne? Wollen wir sie doch natzen? Aber sie müssen sterben. ARDZE! Ist der Fall explodiert, ey! Ist der Fall explodiert! Noch jemand? Noch Fragen? Geh weiter. Voll Sonny! Sonny! Etlich mal! Sonst haben wir nun schweiz. Schlechtes Wetter gehabt. Tschau. Warum bist du soweit? Ich weiß nicht, weil das so ein Scheiß auf Einsatz ist. Der voll absackt. Aber warum sagst du mir nicht, dass der Gegner sind? Voll Sinn! Ja, ja. Es ist noch einer, der sterben wollte. Das Ding gefunden. Sehr schön. Der Pumpgun in der Face bekommen. Na, da hat der Pumpgun in der Face bekommen. Aktives Echo-Signal. Ah, hier ist ein Echo. 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 Glächer! Was ist hier los? Also noch mal krosser Gangster. Was ist los? Feierabend? Noch irgendeiner am Mocken, hier ist noch was Ach quatsch, nix mehr Wenn du willst Pilepale ist er, von Pilepale Sonnypex Sonnypex Hier war er Oh, eine krasse Militärversion von einer Sprühwurst Eine Kampfmaske Wollt's hin? Abkürzung Aha Geht immer hinterher, mal gucken, vielleicht tappts ja Wollt's hin Auf so sie voll weg gespittet und da theoretisch ja jetzt geht die tür Vorhin geht die gegen die Tür nicht. Ja, dann los. Ja, und was heißt jetzt? Ja, kein Partner hatte sie nicht. Ich hab vergessen meine Cheats anzumachen, weißt du? Warum ist ja nix? Wir müssen weiter nach oben. Komm mal. Lass mal alles durchforsten. Da ist Heather. Einzelig hier. Meine Güte, sie waren aber schnell. Kann ich jetzt raus hier? Nein. Kühlschrank. Wir haben uns doch Zeit gelassen. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde Ihnen eine Person. Ich schulde Ihnen eine Person. Laupause bekommen. Telefonaufzeichnung ist hier irgendwo. Tausend. Guardo aktualisiert. Oh, hier sind krasse Gangsters wieder. Oh. Oh. Ich... Krase Quest machen wir jetzt. Oh, 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 oh. Was bölerst du da schon wieder? Ja. Weil die mich ja gerade ein bisschen abfucken, die Typen. So. Zielt auf seinen Kopf. Zielt auf deinen Kopf, Mann. Ja. Nächste Mission ist auch gewählt. Hilfe, um einige Sterilisatoren zu sichern. Gerade bei diesen falsesten Zuständen brauche ich sie dringend. Allerdings sind sie... im Abwasserkanal. Bitte finden Sie sie und desinfizieren Sie alles danach. Ach. Ach. Was tut er nicht? Ich bin voll unterwegs, voll unterwegs. Nothin. Ich muss was finden. Hier, krasser Gangstore. Ich bin voll unterwegs. in der kanalisation stinkt hier ein bisschen damit habt ihr nicht gerechnet damit haben sie nicht gerechnet ja ich hab's getrun ich bin ehrlich ich brauche sie ich meine wir brauchen sie dringend vielen dank ok machen wir mal die wir haben meldungen erhalten dass eine gruppe der cleaners unter einem anführer namens die gegend unsicher macht sie haben wir den blitzreise haben wir blitzreise zur coven blitzreise 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 wo willst denn du hin zu dem blitz zu welchem blitz? Hauptmission mit technologie gehen wir wo? sie betreten einen sicheren bereich da ach wir haben ein ernstes problem mit dem stromnetz am timesquare roth wird ihnen die details erklärt jetzt ich weiß was du meintest wunderbar er lädt er lädt normalerweise kein großes ding aber normal ist schon lange her wenn das noch eine weile so weiter geht kommt es zu einer kette von ausfällen auf der insel und das wäre nicht gut nicht verkaufen 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 so wenn euch die folge gefallen hat daumen hoch teilen liken wir sind auch auf facebook und twitter haut rein bis zur nächsten folge viel spaß noch